Turbo Sonnenaction hier gerade in Graz. Letztes Mal, als ich hier war, hatte ja nicht so ein Glück mit dem Wetter. Heute mega geil. Ich komme gerade aus der FH Joanneum, hatte da meine Reihungstest. Dreieinhalb Stunden hartes Kopfgeficke. Kann man wirklich so sagen. Erst Intelligenztest und dann nochmal zweimal 60 Minuten Interpretation und Verständnisfragen rund um Wirtschaft. Jo, jetzt latsche ich gerade zum Bahnhof. Gestern Couch gesurft bei Jenny. Ist gar nicht Julia, Jenny. War aber sehr cool. Saßen gestern noch ein bisschen im Park mit ein paar Leuten und so. Also Couchsurfing kann ich wirklich jedem empfehlen. Do it sind Erfahrungen, die sind einfach Turbo. Ja, jetzt bin ich gerade auf dem Weg zum Hauptbahnhof und freue mich auf Salzburg. Salzburg, ich komme.